In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kaffee und Tee. Die Tröpfel rüchte endlich um Viertel nach drei, ah, oh yeah. Am Schamptisch und ich in der Konditorei, ah, oh yeah. Am Blasen zum Sturm auf das Kuchli-Buffet, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne wie See. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne.